Herzlich Willkommen zu Wills Woche, Ausgabe 10 2019, rund um die Smokers Planet Ausgabe, die aktuelle dieser Woche. Unterwegs mit Churchill, so kann man die am 1. März veranstalte Event und Genussreise des Hauses Davidoff auf den Punkt bringen. Smokers News TV war dabei und hat die Highlight des Abends im Video eingefangen. Zum Kopfkino des Abends, ein außergewöhnlicher Planting auf die Reise, eine großartige Küche begleitet die Aficionados und ausgewählten Tabakwarenfachhändler durch diesen Abend. Mit dabei, Mr. Randolph Churchill, der Urenkel von Sir Winston Churchill. Er begeisterte mit Geschichten und Anekdoten des präzlichen Staatsmannes, zu dem die Zigarre gehörte, wie bei kaum einer anderen öffentlichen Persönlichkeit. Ja, schauen Sie rein in die aktuelle Smokers Planet Ausgabe. Wir starten natürlich mit nachgefragt. Wir haben nachgefragt nach der Präsentation und Platzierung der Winston Churchill zur Traveler Edition 2019. Alles rund um die faszinierende Reise des Sir Winston Churchills und dieser neuen Zigarrenserie. Unter Intro. Sreenans, jetzt auch in Green und Yellow. McBerrands ergänzt die Pfeifentabakserie aktuell. La Hora feiert Meilensteine der Manufaktur, und zwar mit genussreichen Plänz. Traditionelle Serien in neuer Interpretation. Faun bietet bei der Meisterstöcke auch im Frühjahr 2019 Erlebnisse in Optik und Haptik der Nürnberger Pfeifenmacher. Unter der Rubrik Mitmachen und Gewinnen wird's handwerklich. Ein wunderschöner Zigarrenascher von Meister Langhof ist zu gewinnen. Und das Zigarrenstatement dazu. Hier liegst du richtig. Und das schon entdeckt? Leidenschaft perfektioniert. La Aurora 107 Maduro. Formate für jede Tageszeit. Unter Trinkbar. Da haben wir wieder Rum, Whisky, Wermut und auch den Tipp für einen perfekten Martini für sie. Der Hingucker der Woche. Ein Blick hinter die Kulissen der Marc Guentero. Alles begann 1924. Aktuelle Favoritos kommen im Tubo in Kürze. Unter Besuchbar. Michael Gradl und die Whiskymester The Village lockten nach Nürnberg. Rum-Event Pueblo Delron ergänzte das Angebot. Klassiker treffen Klassiker. Mythos, Solitude, Retro-Klassik. Tabakkom-Chef Schäuble lädt zur Retro-Klassik nach Stuttgart ein. Der Termin der 7. bis 10. März 2019. Ja und dann hat in Polen die erste Albanas Lounge eröffnet. Wir sagen dazu Krakau besuchen und Kuba finden. Ein bisschen Reise darf es sein. Kurzreisen, kulinarische Abenteuer und Tourismus pur unter unserer Rubrik besuchbar. Besuchbar auch ein neuer Zigarrenladen in Zwickau. Zigarrenmeter hat das Geschäft wieder öffnet. Unter Neuermann steht im alten Laden. Pack die Rumba rasseln aus. Der Artmarkt D 2019 steht ganz im Zeichen des Karnevals. Unter Trinks & More. Siramat repräsentiert den Centario Rum. The Spirit of Costa Rica wird im Solera-Verfahren hergestellt und reift bis zu 30 Jahre. Im Media Center die außergewöhnliche Genussreise auf den Spuren von Sir Winston Churchills. Die Präsentation der Davido Winston Church Limited Edition 2019. Unter dem Motto weiter Horizont und tiefer Charakter. Schmuckers News TV auf der Ort. Der Partner der Web-Lounge diesmal das Rum-Depot aus Berlin. Unter www.rum-depot.de zu besuchen. Ja und das war es denn. Natürlich wie immer weitere Artikel unter Rauchbar, Brauchbar, Trinkbar, Übersuchbar und Lesbar. So das war dann die Ausgabe 10 Smuckers Planet. Inhaltlich mit vielen Themen. Bisschen viel Getränke. Aber gut die gehören ja auch zum Genuss. Noch einmal zu Vincent Churchill beziehungsweise zu einem Zitat von Randolph Churchill. Er sagte, als Nachkomme amerikanischer Pioniere wusste Churchill, wie wichtig die Zeit ist und wie man Zeit zu schätzen hat. Er hatte immer Zeit für eine Zigarre. Die sollten Sie für sich und für diese Woche mit auf den Weg nehmen. Nehmen Sie sich Zeit, gönnen Sie sich Zeit, ziehen Sie sich zurück, freuen Sie dem Genuss, lieben Sie das Leben. Ja und dann bis zur nächsten Ausgabe von Wills Woche. Untertitelung des ZDF, 2020